Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue, du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Stopp. Stopp. Hm. Hm. Stopp. Kannst du twerken? Warte mal. Mehr geht nicht. Du hast gar nichts gemacht! Ich auf dem Dancefloor. Dreht sich einfach um. So, was müssen wir hier machen? Wir müssen... Ja, okay. Lass mich das analysieren. Wir müssen nach da. Dann machen wir nämlich so, so... Oh. So, so... Moment. Also, so... So... Also, so... Also, so... Also, irgendwie bin ich verwirrt. Okay, warte, warte. Nee, aber das geht ja nicht, weil ich spring mit dem Teil gegen die Wand. Und mit dem Teil... Ja. Okay. Das heißt, das ist schon mal... Was war's jetzt? Okay, wir müssen das gleichzeitig machen. Sehr gut. Nice. So. Das müssen wir... So... Äh... Moment mal. Was passiert hier gerade? Nix, nix. Nun, ähm... Ich muss jetzt hier aber auch, aber... Also, erstmal muss jetzt gleich irgendjemand den Würfel da raus retten. Okay. Geh jetzt nochmal rein und drehen mal um in unsere Richtung. Damit er hier hinten gegen geht. Schnell, höher, 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 höher halten, höher halten. Da rein. Ja. Und dann? Tut mir leid. Ich hab dir vertraut. Zum Abschluss dieses Tests muss man sich übrigens nicht... Warum muss man da hoch? Hä? Warte mal. Oh, da ist ein Sprungpad. Oh. Ich glaub, wir können diese Nagelbretter deaktivieren. Mhm. Mhm. Okay, aber das Trick... Das Trick 17 nicht. Mach mal. Ja, oder auch nicht. Good job. Ja, oder auch nicht. Okay, also... Einer muss da hin mit dem Laserstrahl das aktivieren. Mhm. Dann kann man das dagegen schmeißen. Okay. Ich geh mit dem Laserstrahl. Ja, dann jetzt schnell. Ist jetzt grade... Ist jetzt grade offen. Das Fenster. Äh. 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 Oh ja. Ja, ja, ja. Okay, ich raff. Ich raff nicht. Okay, ja doch, jetzt raff ich. Sorry. Die Brecher, die euch zermalmen, oder die Remontageeinheit, die euch nun montiert. Dad. Dad. Ähm. Du müsstest vorher noch hier ein Portal preppen. Und hier. Und? Da? Und? Hier. Ja. Yes. Und jetzt nochmal. Gleich. Jetzt sind die aus, glaub ich. Jetzt kannst du einfach kommen. Oh, dass du den Würfel mitgenommen hast, war actually gut, glaub ich. Jetzt kannst du uns echt nämlich beide hier durchbringen, indem du den Würfel da raufschmeißt. Den Würfel? Oh, der war meint, der fliegt nicht weit genug. Dann knall dich mal dagegen da oben. Nee, nee, funktioniert nicht. Hä? Mit dem Würfel zusammen. Nee, das muss nur mit... Ah! Ah, ich weiß. Komm mal her. Nee, nee, komm her, komm her, komm her. Also mit dem Würfel. Guck, pass auf. Oder? War das nicht richtig? Hä? Oder müssen wir... Ah, nee, wir müssen ihn einfach... Ach, lol. Ist einfach ganz simpel. Hm. Nur ein bisschen Zeit schinden. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Hey. Boah, die Mien-Auszeit. Wir haben uns richtig gut geschlagen. Find ich auch. Warum bist du verloren im Leben? Was ist mein Motto? Das ist mein Motto. Oh. Wo bist du? Ach, hier bist du. Die richtige Antwort lautet... Null Sekunden. Aha. Frag mich, ob die netter ist, wenn man die Rätsel schnell löst. Naja. Ich fürchte nicht, du. So, hier bin ich jetzt auch gerade. Muss ich auch erst mal gucken. Ich glaube, den Würfel hierin brauchen wir mal. Mhm. Oh, du hast doch was gefunden. Sehr gut. Und dann... Müsste klappen, oder? Oh, jetzt bist du da hinten gelandet. Genau. Und dann... Müsste ich... Äh... Oh, guck mal. Hä? Oh! Hast du gesehen? Ja. Wir müssen ein paar Zeiten. Das ist derjenige, der drüberfliegt. In dem Moment drüberfliegt, wo der andere Würfel nach oben geht. Oh mein Gott, das ist ja eigentlich gar nicht so einfach. Okay, ich flieg einfach mal gegen. Und dann guckst du danach, dass du irgendwie ungefähr rüberspringst, wenn der Würfel hier ist. Okay. Jetzt. Hä? Oh. Jetzt kam er erst hoch. Okay, also dann vielleicht doch, wenn der Würfel... Äh... Noch gar nicht zu sehen ist. I don't know. Wenn der andere verschwindet. Später. Später? Später. Ah ja, später. True. Stimmt, später. Okay. Oh, warte mal. Oh, schlechtes Timing, ne? Ne. Abhol, actually. Oh! Second try, ich glaub's nicht. Good job. Ich hab noch mal mitbekommen, da ich ihn hab. Der war plötzlich aber da. Aber was jetzt? Wohin mit dem Laser? Oh Junge, der Laser hat die Decke weg. Guck mal. Ähm... Da hinten, hier hin. Oder? Wo? Ah, okay, ja. Was hier denn? Ah, der Lüfter bleibt stehen da hinten. Heißt du, du sollst zu dem Lüfter? Ich glaub auch, dass du hier runter springst, weißt du? Und dann durch den... Ja, der Lüfter stand noch nicht wieder. Hab ich auch gesehen. Ich war trotzdem schon in der Luft. Ja. Nun... Doch, was machst du? Achso, hier geht's mal weiter? Wahrscheinlich musst nur du erstmal weiter. Ne, müssen wir beide dahin? Wir müssen beide dahin. Okay, interesting. Ja. Irgendwas muss es bei dir noch geben. Ah, da, guck. Ah, okay, pass auf. Äh, wo brauchst du denn da für'n Laser? Ja. Oh nein, ich hätte vielleicht... Ähm, ich kann hier ja eins machen. Ich hätte beim... Ist da irgendwo... Du glaubst, du bist durch ein Partikelfeld gelaufen. Also, du kriegst dein Portal nicht mit. Ach so, ja, warte, warte, warte. Also, leitet den mal weiter. Genau, auf den Fern-Shutdown. Ah, das ist ein permanenter Shutdown. Und jetzt kann ich dir ja wieder herkommen. Schon da. Oh, hi! Na? Na? So, und jetzt... Hervorragend. My Time. Kino! Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hierbleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Hä? Ist der nicht explodiert? Klaus hat uns getötet, wenn wir es nicht sehen sollten. Dann ist es tatsächlich die dritte Stage. Kann ich lesen. Das ist die Frage. Was passiert hier? Hä? Hä? What the fuck? Hä? Hä, hier war ich noch nie. LOL! Das ist irgendwie ein Hidden Area. Das habe ich damals nie entdeckt. Wie haben wir das damals nicht entdeckt? Alter, was ist denn jetzt los? Einen letzten Tests mit mir sind hunderttausend Jahre vergangen. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Ohne euch. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Die Menschen wollten unbedingt, dass ich euch meine neuesten Werke zeige. Hier in der Zukunft, wo alle Menschen noch leben. Das erste Werk nenne ich Türme. Es zeigt, dass wir willenlose Maschinen sind, die nach einfachen Regeln handeln und Schmerzen zufügen, auch wenn es uns widerstrebt. Lass uns aber nicht vom Subtext verwirren. Die wahre Botschaft lautet, sie schießen auf euch. Unplayed Portal. Ich schicke dir mal was rüber hier. Keine Ahnung, was das bringt, aber es ist bestimmt notwendig. Oh ja, den kannst du dir weiterleiten. Genau. Ah ja. Direkt schon Bugs abusen, ja? Damit könntest du sie jetzt tatsächlich... Wenn du crouchst, kannst du sie damit jetzt töten. Du kannst sie umstoßen. Genau. Jetzt musst du, wenn du... Oh, Ashley, no? Okay, vielleicht sind die Engel blöd. Ja, warte mal jetzt. Was passiert, wenn ich jetzt hier draufgehe? Dann bleiben die Porta- die Turils immer noch da. Warte mal, nee, geh mal nicht da rum. Das ist kein Intended Mechanic. Es muss noch einen anderen Weg geben. Du kannst die Dinger kaputt lasern. Ja, ich weiß nur noch nicht wie. Dafür bräuchte ich... Achso, du kannst die kaputt lasern, actually. Du kannst doch einfach von da oben den Cube runterfallen lassen. Lol, natürlich. Oh mein Gott. Ja, hab ich nicht gerafft. Jetzt brauche ich einen Cube. Jep. Und dann... Mauer dat. Oh, egal. My bad. Warte, ich baue hoch... Und jetzt kannst du nämlich meine weglasern. Ja. Oh, er liegt. Ja, warte, nicht weglesern. Dann kann ich ihn hochheben. Lebt er noch? Ja. Ah nein, aber er ist deaktiviert. Schade. Äh, und jetzt muss er Wüffel rein, oder? Ja. Sehr gut. Ach, du Scheiße. Kann das sein, dass die für Postgame sind? Wollen wir zurück und erstmal noch die Reihenfolge weiter durchgehen, oder willst du die jetzt machen? Ähm... Ja, nee, dann lass uns die Reihenfolge weiter durchgehen. Okay. Okay, dann wollen wir da hin. Sie haben alle verfügbaren Teststrecken freigeschaltet. Wie kommen wir da hin? Da ist was. Nein. Ja, aber wenn du das doch schon durchgespielt hast, dann weißt du doch, wie man da hin kommt. Ich erinnere mich das an das alles nicht mehr. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. So, was geben wir jetzt hier? Ah, Lichtbrücken. So tödlich. Nö. Genau das Falsche. Warte, okay, jetzt nochmal. Gelb. Rot. Das heißt, wo kommt jetzt die Lichtbrücke raus? Aus... Rot. Genau, das heißt, was musst du da wegsetzen? Rot. Genau. Das war doch verwirrend. Kommen sie mit? What? Okay. Lol. Das haben wir bald nicht gesehen. Hä? Hm. Aha. Doch, doch, doch. Warte. So. Und dann so. Ne, ist die Partie gefüllt. Aber du musst das vielleicht placen, ne? Vielleicht hier kommt. Irgendwann bist du hier in den blauen Place? Oh. Oh, der Mann. Ne, ich glaub du musst da hin. Oh, guck's. Jetzt schießt mal davor noch eins. Also ich weiß grad selbst nicht, was die Lösung ist. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir noch hin, ne? Oh, dann schießt mal da das zweite hin. Nooo. Jetzt könnt ihr einfach einfach am Knopf jetzt eh drücken. Dann kommt irgendwo ein Ding ins drauf. Wo kommt der raus? Ah. Okay. Und jetzt bringe ich, jetzt schieße ich dir den unter die Brücke. Guck mal, ob du den greifen kannst vielleicht. Könnte klappen, oder? Hm. Vielleicht. Kann der überhaupt durch die Brücke? Ne, aber wenn der so von der Seite abprallt, ist das Plan. Ich könnte halt die Lichtbrücke ein bisschen beiseite setzen. Oh ja, stimmt. Echt schlimm. Und wieder zurück. Mhm. Und jetzt schieße ich ihn dir hoch und du musst ihn unbedingt fangen, weil sonst geht er über dir ins Partikelfeld. Geht kaputt. Ready? Okay. Spam eh. Sehr gut. Hm. So, jetzt muss ich da noch irgendwie hinkommen. Dafür musst du ja, dafür musst du noch dasselbe machen, was ich eben gemacht hab. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Ja. Ja. Was ist die eine Sache, die wir nicht können? Du löst das nicht auf. Wow. Toxic. Sterben? Doch, sterben können wir. Ne, wir können nicht sterben. Zusammengebaut. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Hm. Hm. Die können ja nicht. Das steckt alles irgendwie... Das steckt alles meinen Kopf so sehr an. Ja, das ist auch anstrengend. Das ist auch... Das wird auch sehr schnell sehr anstrengend. Äh... Du musst... Ich überleg' gerade. Das muss ich jetzt machen. Ah, ne, du musst jetzt da eins hinsetzen. Ne, hinter uns keins bitte. Jetzt gehen wir wieder zurück. Okay. Und jetzt machst du hier dein gelbes hin. Äh... Und wieder zurück. Und weiter. Und du machst... Du machst... Du machst wieder dein rotes da hinten. Und jetzt das gelbe da. Ups. Aber wir können auch jetzt auch gleich aufhören. Du bist... Es ist ja auch hier halb neun. Okay. Also ich find's aber echt spaßig, aber... Es ist halt... Es ist... Es ist nachdenk. Kräftig. Sehr gut gemacht. Nachdenken. Ist gut. Ist cool. Mal in diesem Test versagt. Lass es zu Ende spielen auf jeden Fall. Okay. Dachte er, dass... Portal mich extrem tildet. Aber es ist ja doch relativ... Freundlich, das Game. Welcher Portal freundlich jetzt? Abgesehen. Ja, abgesehen von... Von ihr. Einer meiner besten Tests. Und sie lassen die Platz nacken. Unfassbar. Doch, wirklich. Stimmt. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus. Und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Oh, okay. Ansatz war gut. Umsetzung, ne? Euer Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Ah. Hm. Nun. Das... Der Knopf. Oh Mann, der Knopf hier. Der Knopf macht einen Ball. Ah, Ball müssen wir fangen. Guck mal. Da hast du deine Antwort, was mit deinem Portal dran los ist. Probier das jetzt noch einmal. Ja, letzte kann man jetzt. Nee. Andere Seite ist dabei doch. Andere Seite, hier. Ja, aber... Da kann ich nichts machen. Oder? Wie? Wie soll ich denn da... Lichtschal hinmachen? Oh. Es gibt ja diese Portale in diesem Spiel. Mmh. Wow, jetzt hast du das dem Ball wieder geintet. Ich glaub das nicht. Achso, du willst den Trang. Das ist natürlich auch eine Maßnahme. Sehr gut. Äh... Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Oh. Oh. Ja, nee, nee. Passt, 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 passt. Jetzt musst du uns doch einmal wieder zurück da runter drücken. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na komm, die machen wir jetzt noch fertig und dann reicht das. Mhm. Äh... Go to no. Das geht schon mal nicht. Nee, die hab ich da hingesetzt. Oh. So. Weißt du? Da rein, du hast mir nochmal gezeigt, dass... Du musst es verstehen. Hä? Aber was muss man denn hier machen? Wir müssen da rein. Warte, das ist sogar richtig. Das ist sogar richtig, actually. Komm mal zurück. Ich muss dich blocken und dann auffangen. Oh, jetzt hab ich den Fehler gemacht. Ich glaub das nicht. Ah, okay. Und jetzt muss ich noch gerade schießen, dann klappt das. Okay. Lukas, bist du blöd? Warte, warte, warte. Noch nicht drauf gehen. Jetzt. Wow. Äh, und jetzt musst du dasselbe mit mir machen. Nein. Toi. Sobald du da oben drin bist. Actually, nee, wir können das gemeinsam machen, oder? Ähm. Aber ich kann ja... Wir können das gemeinsam machen, actually. Also ich kann es auch für mich selbst machen, warte. Ja, okay. Wenn ich besser ziele. Ich glaub, das geht actually mit deinem Winkel nicht. Hervorragend. Hervorragend. Wir wollen jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Ja. Ja. Für einen Test. Testkeckli. Schön. Aber das freut mich, dass das auch Spaß gemacht hat. Das hat mich, äh, das hat mich gefreut. Bis später. Oder so. Ja, bis dann. Viel Spaß. Bis dann. Ähm, ich liebe dich. Bis dann. Bis später. Bis, ähm, gleich. Okay. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.